Wie finden Immobilienverkäufer heraus, ob ein Kaufinteressent wirklich interessiert ist? Hat der Immobilienverkäufer die Immobilie erst einmal inseriert, kann er sich vor Anfragen kaum retten. Aber nicht immer ist es sofort ersichtlich, wer wirklich Interesse an der Immobilie hat oder wer nur Besichtigungstourismus betreibt. Wie kann man also als Immobilienverkäufer erkennen, wer ein wirkliches Interesse an der Immobilie hat und kreditwürdig ist? Denn Immobilienverkäufer wollen keine Zeit mit unnötigen Besichtigungen verschwenden. Durch ihre langjährige Erfahrung wissen Profimakler, wie der Interessentenkreis verkleinert werden kann. Schon ein exzellentes Exposé, das viele Fragen beantwortet oder mithilfe von Online 360-Grad-Touren, können Interessenten herausgefiltert werden. Auch lässt sich durch das Stellen der richtigen Fragen die wahren Absichten der Interessenten erkennen. Fragen danach, wie seine Wunschimmobilie aussieht, wie lange er schon sucht oder ob die Finanzierung bereitsteht, geben Auskunft über seine Absichten. Wer also die Interessentensuche einem erfahrenen Profi überlässt, kann sich viel Zeit und Aufwand ersparen. Sie suchen Unterstützung bei der Bewältigung der Kaufanfragen? Kontaktieren Sie uns. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns darum.